Schöner leckerer Salat mit schön viel Mulchmaterial, Kohl, auch schön gemulcht und warum nicht angefressen? Wo doch hier ein kleines dickes Fett, das Schneckelchen ist. Seht ihr sie? Und was frisst sie? Doch nicht etwa diesen Salat? Will sie doch gar nicht. Schnecken sind Pflanzen-Aas-Fresser. Stimmt's, kleine Schnecke Agathe? Komm, zeig denen da draußen mal, was du wirklich frisst. Hast du keinen Hunger? Siehst wohlgenährt aus und alles ist noch intakt. Kein angefressenes Salatblatt. Na ja, so kleine Löcher sind drin, aber nicht komplett abgefressen. Warum? Weil wir schön mulchen mit abgestorbenen Pflanzenteilen, mit Stroh, mit Grasschnitt. Das machen wir hier auch bei den Tomaten. Tomatoes. Ja, sieht ein bisschen wild aus, aber es ist schön. Zurück zur Schnecke. Sie bewegt sich. Warum bewegt sie sich denn nicht auf den Salat zu? Na, weil sie hier doch schönes, sattes Grün hat. Also, Schnecken leben länger ohne Gift. Das ist ein bisschen dünner. In der Däumen hoch ist es nicht so gut. Ich bin der Däumen hoch und ich bin der Däumen hoch. Ich bin der Däumen hoch. Vielen Dank.